hallo so schnell kann das gehen nach nur zehn tagen sind wir hier draußen in einer komplett anderen welt fernab von weihnachtsstimmung fernab von winterstimmung fern von europa wir sind im passat passat bedingungen wie sie im bilderbuch stehen eine milde temperatur die blaue see durch kreuz von unserem weißen kielwasser und dort hinter dem blauen horizont liegt es wurde das ziel dieser vierzigsten route du rome der wohl wichtigsten hochseeregatta des jahres 2018 und aus dem grund sind wir hier auch fernab von jeglicher urlaubsstimmung denn das rennen ist nie vorbei bevor es zu ende ist wir liegen an fünfter stelle und geben natürlich alles vielleicht den vierten platz noch zu erreichen besonders hinter gut wir müssen die insel umrunden und dort im windschatten könnte es eventuell noch überraschung geben daher gebe ich hier alles bleib hoch konzentriert und motiviert bis in die fingerspitzen in diesem sinne einen schönen gruß nach deutschland einen schönen gruß nach hamburg an alle segelfreunde auf bald